Wir freuen uns, Ihnen heute einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von Dyson präsentieren zu dürfen. Die beste Sache ist, dass Sie in der Sink gehen, Sie wachsen, mit der Wasser in die Sink gehen, mit der Wasser in die Sink gehen, mit allen anderen Sisterns. Das ist eine geniale Erfindung. Ich denke, es macht sehr viel Sinn, dass man sozusagen alles in einem hat, also den Wasserhahn und dann gleichzeitig die Hände trocknen kann. Ich wäsche die Hände und habe direkt wie in einer Waschanlage die Hände trocken. Ich finde das prima. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele Anwendungsfelder vor allen Dingen im öffentlichen Raum dafür gibt. Sie benutzen 1.6% der Energie, weil es kein Hecht ist, 1.6% der Energie, weil es keine Hecht ist, und 1.5% der Kosten, nicht zu erwähnen, die Umweltverkaufgaben. Dann kommen Sie mal auf 1-2-2-4-4-3-4-4-4-4-5-6-4. Vielen Dank.